Verbandszeug! Ich komme langsam wieder in Fahrt. Wir müssen hier raus. Eine Blutlache. Wieder habe ich das Gefühl, dass ich das Teil hier verbrennen sollte. Ich habe hier auch noch eine Türe. Leer. Gub. Endlich etwas Money von meiner Schrottflinte. Okay, dann fackeln wir den mal ab. Vorsichtshalber. Noch mehr Gub. Wird ja auch gleich abgefackelt. Hier hinten haben wir noch einen Schrank, der ebenfalls leer ist. Hier ist nichts mehr drin. Manixion habe ich genügend im Moment. Na toll. Hier gibt es einen unsichtbaren. Hier gibt es einen unsichtbaren. Nein. Natürlich. Das ist alles. Das ist alles. Ebenfalls Geschichte. So, was haben wir hier? Noch nichts mehr, oder? Wir haben noch weitere Kugeln. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Könnt ihr jetzt zurückgehen und die anderen auch einsammeln. Aber ich glaube, das reicht vorerst. Hier eine Spritze. Okay. Dann nehme ich die wieder und heile mich auch gleich noch. Gut. Punanpfeil ist voll. Hier ist gar nichts mehr drin. Jupp, alles leer. Was haben hier hinten? Noch nichts mehr. Hier hinten haben wir hoffentlich noch was. Nein. Auch nicht. Dann gehen wir weiter runter. Na klasse. Drei Zahnschlösser. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Na, wie auch ist die Möglichkeit, dass ich gleich angegriffen werde? Überhaupt nicht, weil ich vielleicht keine Waffe auswählen kann. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, das wäre irgendein Gerät. Was zur Hölle? Mal hier meinen eigenen Partner töten? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was mit Connolly passiert ist. Ich, ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Jetzt geht's mir wieder ganz gut. Okay. Lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ach, waren die Zombies hier noch kein Anhaltspunkt, dass hier irgendwas nicht stimmt? Lähtasch, die Reden, okay. Mir geht's gut, keine Sorge. Das muss wirklich auch sein einziger Spruch sein. Die Leiter ist so lang, dass jetzt mindestens zwei, drei Stockwaggen nach oben führt. Und sonst haben wir hier auch nichts mehr. Oh, Exklusiv-Pfeil. Yep, der ist geladen. Gott, vielleicht habe ich keine Kugeln mehr, um nachzuladen. Okay. Ah, noch ein paar Streikrötze. Wir müssen weiter. Kontrollpunkt. Wir haben hier Musik. Kann ich gleich zurückgehen und ein paar meiner Fähigkeiten verbessern. Hier liegt ja sonst meistens ein Kartenstück rum. Okay, dieses Mal nicht. Gehen wir trotzdem zurück in den Spiegel. Na, wo ist die Krankenschwester jetzt hin? Okay, sie will vermutlich, dass ich hier voll gehe. Aber ich mache jetzt hier hinten trotzdem erstmal ein Schli... Weißt du? Ja, wir machen ein Schliessfach auf. Vier Bolzen. Gut, diese Bolzen bleiben hier drin liegen. Schade, dass ich hier sonst nichts reinlegen kann. Na, wo ist die kleine hin? Dann haben wir noch eine Zeitung. Dann haben wir noch eine Zeitung. Die Krankenschwester ist verschwunden. Okay. 15.700 Klipper. Ja, jetzt kann ich wieder ein paar meiner Knarren aufwerten. Spritzenwirkung. Waffen. Was haben wir hier? Spanngeschwindigkeit, Reichweite. Genauigkeit. Ja. Sinkapazität, Nachleidegeschwindigkeit, Feuerratte. Erhöhter Schaden ist auch immer gut. Als erstes nach die Munition etwas updaten. Qualenbolzen 5000 Punkte. Ich finde nie genügend Schrot Munition. Ich finde nie genügend Schrot Munition. Granaten 4. 1000 Punkte. Nehmen wir auch gleich ein jetzt mit. Streichhölzer, natürlich Streichhölzer. Qualenbolzen, Explosivbolzen. Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Okay, dann erhöhen wir den Schaden mal. Das ist auch den der Sapun und Bolzen. Wie lange ist die Blendwirkung? 4 Sekunden. Ein wenig ist sie auf 7. Fitnessgeheers machen. Nachkampf Schaden. Spitzenwirkung. Immerhin Stufe 3. Sinkapazität. Feuerratte. Für den Schaden habe ich nicht genügend Punkte. Sinkapazität. Ich gehe mit dem Klipper. Einmal ein Gesundheitsupdate. Na, wo ist die Kleine jetzt hin? Anstafft. Hier kann ich nicht rein. Ah, ich habe noch ein Kartenfragment. Hier ist sonst nichts mehr, außer ich kriege wieder ein Geschenk an der Toilette. Die steht vor dem Spiegel. Kann ich eine Tür öffnen? Nein, keine Türe. Nein, keine Türe. Nein, keine Türe. So viele Anmeldungen. Und nicht eine einzige Entlassung. Okay, es wurden hier jede Menge Leute eingewiesen. Na, was jetzt? Kann ich jetzt nicht wieder weg? Okay. Freaky. Freaky. Lass mich los, lass mich los. Freaky. Lass mich los! Na, was hat mir hier jetzt? Gut. 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 Lesley, wenn ich mich nicht irre, ja? Ich raten, er ist ja ein Zombie. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Na, kann ich nochmal in den Raum rein? Nein. Na, dann gehen wir eben wieder. Wir setzen die Mission fort. Ach, ich meine, sie ist die Partnerin. Warte, wieder eine Falle. Da. Das heißt, er um einiges raffiniert wird. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Na, mein Partner schießt aber ganz gut. Ja, viele von den Dinger sind das. Na, benutzen wir mal die Schrotflinte. Na gut, wo soll ich jetzt meine Schrotflinte? Ach, komm schon. Mann. So, wo ist mein Partner hin? Hier ist der. Komm schon. Komm schon. Kann ich die Alte jetzt überhaupt retten? Kann ich die Alte jetzt überhaupt retten? Na, was jetzt? Na, was jetzt? Ja, ja, Mädchen. Wollt ist schon nicht sterben. Ich glaube, der ist ebenfalls Geschichte. Folgen wir mal den Wasserleitungen. Ich glaube, die haben Dünamit. Wollt ihr? Nein! Was war das? Na, kann ich jetzt hinten nicht rein? Nein, oh mein Gott! Die Alte wird jetzt hier gleich versaufen. Ups, vier Explosionsanbruchs, wo haben wir sie denn hier? Ach, verdammt! Ja, ich weiß, dass er Dynamit hat. Ach, ein Selbstmord, da verdammt! Ah, er hat mich in Stücke gerissen. Okay, gleich nachladen. Weitere Muni aufnehmen. Was hier sonst noch rumliegt. Eine Spritze, komm schon! Ja, das ist der mit dem Dynamit. Na? Was ist das jetzt? War ja noch einer. Glatt. Aber der kommt nach unten. Kein Grund, Munition zu verschwenden. Nachdem ich hier anscheinend ja sowieso nichts daran enden kann. Was haben wir hier hinten? Das Glibber. Ein großes Glibberfass. Da ist noch was in der Nähe. Da ist noch was in der Nähe. Was ist das für eine Ozarki? Ah, komm schon! Ah! Das ist mein Mann. Ah! Ah! Ah!